Was macht ihr hier? Also wir nähen hier heute solche Beutel für Tonsachen oder Sportsachen. Und morgen werden wir solche Hüte oder Mützen nähen. Kann man dann aufsetzen. Toll, wie lange braucht man für eine Mütze oder einen Beutel? Also alle Kinder haben heute zwei Beutel gemacht. Also eine bis zur Mittagspause und eine für den Nachmittag. Und morgen werden wir eine Mütze schaffen. Bei der Mütze dauert es länger als ein Beutel, oder? Ja, die hat wesentlich mehr Teile. Es sind glaube ich neun Teile für eine Mütze. Vielen Dank.